Meine Waffe schießt nicht. Einer down, da kommt der Nächste. Weiter tot. Alter. Hat sich das Waffenproblem auch erledigt? Da waren die auf einmal. Hey, wieso hat der nix? Warum nimmst du die ganze Muni? Weil ich die Karte die Knarre gegeben habe. Achso, du hast ja noch gar nichts gegeben. Nee. Ah, okay, warte mal. Ich habe nur 30 Schuss. Ich habe ja nicht meine Weste. Haben die die Weste gehabt? Ja. Das DAX-Spiel hat übelst gute Bewertung, ja. Danke. Wir hatten ja irgendein Visio. Ich brauche noch ein Visio, ich habe gar keins. Warte. Ich habe noch einen Zweioscopes, kannst du nehmen? Alles raus? Kannst du nehmen? Ja, danke. UMP regelt. Achja. Ammonie. Habe ich in der Zone? Oh nein, wir sind voll in der Mitte. Hast du mir jetzt schon aufgenommen? Oder? Ja, hab ich schon. Fast genommen. Wir sind voll in der Mitte. Gut. Gut. Ich brauche mal eine Weste, ich habe keine Weste. Was für Lappens. Ey, geht schon wieder raus. Das ist schon wieder kacke. Auto? Nein. Nein, Flugzeug. Aber vielleicht hier vorne steht ein Auto. Ne, das war schon vorher so. Okay. Vielleicht können wir mal zum Drop fahren. Vielleicht hier in der Nähe ist. Das Flugzeug noch nicht mehr. Ich habe es auch. Überhaupt nicht über uns. Mal gucken, ob wir in der Nähe sind. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Da hinten. Können wir machen. Weißt du, wo es ist? Dann fahr du. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Let's go. Ne, ich spiele heute wirklich das erste Mal auf Asia-Server. Das allererste Mal. Dann spiele ich immer EU oder NA. Einmal getroffen haben die mich ja auch. Hm? Getroffen haben sie ja. Ein bisschen. Ja. Aber halt nur so ein bisschen. Aber Vorsicht. Boah, leck das aber. Hey. Scheiße. Hallo. Wo ist der Herr drauf? Tja, so wüsste ich auch nicht. Könnte ganz in der Nähe sein. Müsste ganz in der Nähe sein. Den nicht willst du. Dann wird noch ein bisschen weiter da hinten. Da unten fährt jemand. Der fährt bestimmt dahin. Vor dir. Oder weg. Da links. Ja, weg. Wollen wir die Handen? Kann ich aus dem Auto schießen. Gucken. Ich guck nochmal eben, ob da noch was drin steckt. Die haben gedreht. Die sind ausgestiegen. Ja, hier ist auch. Nee, ist gar nichts dran. Einer hat zwei Headshots. Shit. Was denn, oder? Baiten wir, ja. Treffen wir eh nicht. Soll ich die umfahren? Ich kann es operieren. Ja, ich laufe. Und du fährst. Einer läuft wieder zum Auto hin. Deine sind hinterm Auto. Steht an. Der Karre ist eingestiegen. Nee, nicht. Jetzt fährt er los. Er fährt los. Hat Headshot. Ja, ist ausgenockt. Vorne um. Einer hängt am Hang. Der ist ausgenockt. Fertig. Höhöhöhöhöhöhöh. Schön. Asiaten hunten. Das macht Spaß. Oah. Hehehehe. Heut gibt's Hühnchen, Freunde. Hühnchen! Ach, Achtfach Scoop. Oah, AVM. Mhmmmm? Echt? Jaaaa. Oah, leul. Willst du die haben? Wenn du sie nicht willst, nehme ich die gerne, ja. Ich habe ja schon eine Kark. Dann nehme ich die. Also, kannst du entweder Kark oder vor allem. Jaaa. AWM, AWM, AWM. Ne, war ein Scherz, du kriegst die natürlich nicht. Ahaha. Ahaha. Ne, natürlich nicht. What the fuck! Martin! Lol. Martin dreht wieder total durch hier, alter. Martin, alter! Ein verrückter Spaß. Ey, Martin, Junge! Und danke! Boah, krass. Alter, ich grüße euch alle. Willkommen streamen. Holy shit, was geht? Alter, 110, willst du mich verarschen? Moin, Martin. What the donation? Nein. Dingster, Bumster. Host, ey, Martin, dankeschön. Herzlich willkommen, Leute. Was geht, alter? Wir sind hier gerade am Asiaten schlachten. Martin, mit Spaß. 110 Viewer. Ich werde bekloppt, Alter. Ich grüße euch alle. Willkommen streamen. Alter, was geht, Martin, du geile Sau? Dankeschön. Da ist der gute, der gute Martin. 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 Hast du den anderen schon gelooset? Ich grüße euch. Danke, Martin, alter. Danke schon. Ein geiler Typ, ey. Willkommen, Leute. Wir sind hier gerade ein bisschen auf Asia-Server und am zocken. Das macht übel Spaß, ey. Weil irgendwie, ich weiß nicht, die können halt nur Strategie-Spiele spielen scheinbar. Die letzte Runde war so geil, ey. Einfach mal 14 Kills gemacht. Ich rail einfach mal mit Gruppenzwang. Hier gibt's schöne Schinken. Schöne Schinken, ja. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Willst du jetzt mit Fuß oder? Ich würde sagen mit Fuß. Mit Fuß? War zu Fuß. Zu Fuß, okay. Hast du Booster oder so für mich? Ne. Ich hab immer noch keine Weste. Hatten die eine Weste? Ähm. Ich glaub eine Einser. Scheißegal. Hauptsache eine Weste. Wo liegt denn der andere? Wie lange? Der eine liegt am Hang. Der andere liegt hier vorne auf dem Feld. Danke, Mando Lorian. Ne, Manda Lorian. Danke dir, mein Freund. Ja, ich bin hier vorne. Ah, Sayuri ist ja auch am Start, alter. Na? Meine Gute. Willkommen. Grüß euch alle. Ja, eine Einser. Ich hatte eine Einser, okay. Gib mal hier den Spaß. Da rein, da da rein. Ja, wo? Hier. Ey, lol. Warte mal. Ich habe einen Fehler gemacht. Hm? Ich habe meine SCAR weggepackt. Warum? Ich weiß aber, wo habe ich die hingetan? Ich habe meine SCAR weggeschmissen, statt U und B. Aber eigentlich dachte ich, ich habe die... Bei dem anderen war noch eine SCAR. Naja. Ich habe jetzt einfach einen mitgenommen. Oh, was geht hier ab? Ich komme schon nicht mal klar auf meinem Leben. Ach, egal. Dann spiele ich halt U und P. Wieso? Ich locker keine... Ah, ne, hier war es. Okay. Alles cool. Hier liegt es. Ich glaube, wie viel außerhalb das bereits gerade gestorben sind. Ist echt... Dödlich hier wieder ewig lang rum. Wo ist jetzt das scheiß Scope? Oh, dead game. Hast du noch einen Rotpunkt? Ich habe einen Zweifer. Ja, warte mal. Rotpunkt ist verschwunden, ey. Auf dem Boden liegt es. Hier. Boden liegt. Ja, danke. Okay, jetzt kommen wir um. Gehen alles aber auch jetzt mit dem Auto fahren. Ja. Ansonsten... Jetzt drive, mein Freund! Oh, fahr! Oh Gott! Und wo? Keine Ahnung. Leck, leck, leck. Okay, der Wagen geht noch. Ah, an der Küste, glaube. Boom! Spalte die Schüsse mit... Schüsse mit auf. Flo, komm rein. Der eine hat Hit. Die sind da hinten. Auf Südosten 150. Da steht ein Baum an der Küste. So ein kleinerer. Da ist der jetzt. Der hat vollen Hit gefressen. Bei dem Stein? Na genau. Okay. Da ist der irgendwo. Ich geh mal ein bisschen hin. Ich lad mal nach hier. That baby. Oh, komm wir weiter. Ich geh ihn mal so lange ab, ne? Ja. Ist nicht an dem Felsen, sondern weiter hinten am Stein. Ja. Südosten. Ich sehe seinen Kopf. Er ist ausgenockt. Zu Kopfschuss gekriegt. Wollen wir hinfahren? Können wir machen. Weiß nicht wo sein Maid ist. Den werden wir gleich wahrscheinlich auch spüren. Ja, die haben da nen Dutch, ja. Du mehr Junge. Mach die Schnackisch Messer. Ja, der läuft jetzt da hin. Sein Maid. Soll ich wieder hinfahren? Ja, ja. Genau. Fahr die um. Der wird den jetzt hochholen wahrscheinlich. Der ist am Felsen. Am Felsen. Felsen. Einfach ein bisschen rum. Ich geh hin. Ich mach. Versuch das hier zu. Zu recken. Ich muss sie ja nicht weiter beschießen. Ja, ich sehe sie. Ah, die hängt da drinnen. Die sind nicht in der Zone oder? Ne sinds nicht. Jetzt hier nicht weg. Oh Gott, der eine hat mich voll gut erwischt. Geh einfach nur def, die sind nicht in der Zone, die müssen kommen. Was? War voll auf seinem Schädel und er geht nicht down. Und die in der Zone? Sind wir in der Zone? Ja, ich bin. Ja, ich hab ihn gekillt. Also, eines down. Ja, der eine ist da noch. Ich brauch ihn mal. Auch Heal-Zeug. Ja, jetzt kommt er. Jetzt muss er auch gleich kommen. Ja, immer hier vorne, wo ich das hinnehme. Ich glaub, der ist runtergeplumpst. Die Heal haben, pack mal. Ah ne, er ist noch da. Nice. Ach, die kann man auch in Ruhe looten, geil. Ich brauch unbedingt Heilung. Hier ist ziemlich viel. Nur hör schnell auf zu spielen, warum? Ich kann nur leider gerade übelst nicht so richtig den Chat lesen, ey. Nice. Okay. Okay. Wo ist ein anderer? Ey, wo ist ein anderer Sturm? Hat der sich geopfert oder was? Hat der sich geopfert? Naja, ist halt die Frage, ob er einfach runtergesprungen ist, ob wir seinen Loot nicht kriegen. Wieso so schlau ist der? Ich weiß nicht, wo dahin ist. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich muss mich erstmal ordentlich heilen hier. Ich heil mich mit Kleiden hoch, weil ich hab nur einen Koffer. Voll lustig, ey. Sowas geht ab, leider. Wie nur Ränkel hört sich ein bisschen an wie Prängel. Gibt es keinen Sound für Loots oder nur nicht an? Keine Ahnung, ne. Ich glaub da gibt's keine Sounds. Zumindest hab ich auf der Seite nichts gesehen. Mach das nicht immer so Pupp. Irgendwie so. Plupp. Ich will das glaube ich machen. Richtig. Das so blubbert und so. Wo ist sein Kamerad? Von Englischem braucht meine Kreativität. Hilf mal mit. Um was geht's denn Leute? Ich weiß nicht. Um was geht's? Ich bin da. Warum ziehst du es immer in dein Inventar? Du brauchst einen Rechtsklick drauf machen. Schneller. Ne, Inventar ziehen geht eigentlich schneller als wie immer so Rechtsklick. Rechtsklick? Ne, einfach Rechtsklick. Auf was denn? Achso. Wenn du Tab drückst einfach Rechtsklick. Achso, da kann ich einfach Rechtsklick drücken. Ok. Ok. Dann lass mal hier den Berg hoch oder? Ich würde eigentlich das Auto jetzt holen. Mach mal Auto. Wir sind relativ weit entfernt. Obwohl, ne. Lass du Fuß laufen. Wir können doch einfach hier in den Wald rein. Oder? Hier hoch da. Ist ja voll. Ist ja Vision. Deswegen glaub ich, dass die Häuser nicht gelootet sind hier. Eigentlich ist noch ne Wester. Ok, warte mal. Ich bräuchte eigentlich auch nochmal ne Wester. Guck mal nochmal hier rein. Hier irgendwas ist. Ist ja doch hier, warte hier oben. Aber bei mir noch nicht, deswegen. Ich hab einen Schalldämpfer fürs Scharfschutzgewehr. Holy shit. Geht's nicht auf die AWP? No. Geht drauf. Auch Schnellfeuergewehr. Ah, hier ist ne Wester. Thank you. TP mit Schalldämpfer. Das ist böse. Äh, wenn wir die Runde nicht holen, willst ich auch nicht. Ich hab so viele Handgranaten, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Ich hab gerade, wo ich auf den Eingang geworfen hab, sieben Handgranaten insgesamt. Voll. Das ist viel. Kommen wir zu hoch? Nein. Haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen. Ich lauf mal ohne Waffe. So, was ist los hier. Kombinieren sie die Worte Venorem und Engelchen sinnvoll. Als Teamnamen. Die Wengelchen. Das ist ja gar nicht... Venorem. Na so heißt er ja schon. Venorem? Nee. Ähm. Oh, das ist zu viel Multitasking hier für mich. Da krieg ich nicht hin. Da komm ich nicht auf die Frage. Ah ey. Junge. Ich kriege nicht auf die Wangen ey. Lass mich immer zuerst schießen, wenn wir irgendwelche sehen, wenn wir nicht beschossen werden, weil ich ja nen Schalli hab. Jo. Ich kann mit ner Karg nachsetzen. Ich hab da nen 8fach Zoom drauf. Nice. Obwohl, willst du nicht meinen 8fach Zoom haben, dann gibst du mir den 4fach. Dann wissen wir da WP überpowert. Okay. Ja, können wir machen. Lass uns reinrennen. Noch 31. Was? Der wurde aus dem Spielbereich geschlagen? Was? Wurde aus dem Spielbereich geschlagen. Hä? Was ist das denn? So, hier vorne oben sind Häusern. Die campen scheinbar übelst gerne in Häusern. Ohne Spaß. Vorne in der Runde. Da waren ja nur Leute in Häusern am Schießen. Ja, ja. Da waren draussen rumlaufen. Ah ja. Bisschen nicht zwingend. Bette oben hockt einer den Kabuff. Ist aber arsch dunkel ey. Trägt den Regen noch dazu ey. Willst du schnell hier tauschen mit mir? Willst du da das Sierra haben? Ja. Oder ja da drin. Fahne. Genau. Lass da rein. Fahne. Oh ne Fahne. Gebe ich dir das 4er. Hast du noch nen Booster? Ja. Ich hab einen Energy und einen. Ja nimm. Jo danke. Warte. Achtfach zoomen. Oh. Danke. Nice. Ich hab noch schnell ähm hier. Ein Schnellzugriff. Magazin. Ja wir haben. Oh noch. Was ist denn hier los? Voll ausgerüstet so sagt man. Gleich nachdem jetzt schon. Okay. Vielleicht fällt ja den anderen auch was gutes ein. Ah hier wollte ich wohl jetzt einen Account machen ja. Kommen wir gleich wieder weiter. Ich hab blau an die Karte äh an den Rand gesetzt. Ja los komm. Jo auf geht's. Keine Ruhe ich höre den Regen nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen ja. Ich höre keinen Regen. Übel ruhig. Voll geil. Nur hier aufpassen ey. Florian hier ist ein Geliebter. Joffi. Mein Freund. Willkommen Streammann. Na mein Guter. Was geht? Willkommen. Wenn du einschaltest. Mensch. Endlich. Auch mal wieder am Start hier. Oi. Was geht? Wie geht's? Alles schön bei dir mein Guter? Gott Joffi. Mensch. Willst du hier aufpassen. Hier überall. Hier irgendwas. Wo ist die Zone da vorne? Wo ist die Zone da vorne? Der Bammel. Ich dachte grad ich hätte da was gesehen. Dachte ich auch gerade aber irgendwie. Wir würden jetzt nochmal ein Haus. Bist du ruhig? Das gibt's doch gar nicht. Boah das leckt ja. Das leckt ja aber einfach mal richtig. Ich hoffe dran vorbei oder? Ja. Will mal eben kurz abwarten ob da jemand rauskommt. Rechts. Links oder ne? Links nicht rechts. Ah ne auch rechts. Okay. Links und rechts. 230 so. Du musst halt an jedem Baum richtig klatschen. So unten sind Häuser. 300 ist halt eine kleine kleine Hülle. Denk ich auch. Im Haus auf 210. Alles geht's nicht. Da muss einer drin checken. Wo die Zone kommt. Wir sind hier geradeaus vor. Da ist so ein bisschen ein Hang. Ein paar Steine da siehst du. Hier oben die. Stimmt bestimmt jemand in dem Turm drin. Ja hier oben. Ich geh das hier. Komm da noch. Da hier rechts von uns. Rechts. Down gegangen. Da wird geballert. Aus dem Turm raus. Ich werd beschossen. Bin schossen. Ach ja von oben. Gott. Der ist außerhalb der Zone. Hat Hit. Happen. Schön 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 schön. Getötet. Der war alleine. Fuck fuck fuck. Lass mich in die Zone. Lass mich in die Zone. Lass mich in die Zone. Lass mich. Ich wollte dich hochholen. Achso. Du kannst doch reinkrabbeln. Okay. Hoffentlich. Bleib stehen. Hoffentlich. Gib mir jetzt hier nicht down. Bitte bitte. Für uns. Kann aber woanders hin. Ah ist cool. Die Fan hat mich gerade echt den Arsch gerettet einmal. Super. So. Erstmal heilen. Ach gut. Das ist eine Sanitäts-Tasche ab. Ich hab auch nur noch eine. Die hab ich mir auch auf die ganze Zeit. Ja hier vor uns. A100. A85. Da sind die Häuser sind drinne. Vielleicht da so ein bisschen runter. Blau markiert hab. Hier so runterlatschen. Wie weit müssen wir hin? Ein Stück. Sind noch 23. Es leben noch ziemlich viele. Heißt überall. Wahrscheinlich wird der Hang hier runter auch noch. Bitte nicht zu offen rumlaufen. Ja hier ist ein Turm. Da sind Häuser. Den Turm sehe ich aber nix. Gar nicht. Alter. Da sind die Häuser sind es. Die sind da noch drinne. Bisschen Abstand von den Häusern einfach nehmen. Mhm. Genau. Lass die sich beschießen wir laufen. Jetzt sind noch noch Smokes bei ihm. Da vorne liegt jemand auf. 240. Close oder einer? Äh closearbeit. Ausgenockt. Noch einer. 240 über die Straße ist ausgenockt. Ja ich seh ihn. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Ja. Der wurde von dem Typen da drüber geschossen. Ähm. Das ist einer am Felsen auf 200. Auf Südwesten direkt. Ich seh ihn. Ah der bewegt sich zu viel. Ja. Der bewegt sich zu viel. Guck grad mal ein bisschen in die andere Richtung. Die Zone kommt. Wir sind dann jetzt hier vor. Ja. Wir sind so ein Baum hier. Einfach. Geht eh nicht anders. Rechts müssen wir aufpassen. Aber wir haben ja Sniper. Das ist schon mal gut. Und hier ist ein bisschen Ghule. Auch ziemlich gut. Wir sind hier nur aus Westen auspassen ne. Da war der eine noch. Wir werden noch beschossen von irgendwo. Irgendwo kommen Schüsse her. Sind wir drin? Ne knapp ne. Aber wir können uns hier hinlegen. Ja. Und oben kann es keiner beschießen. Außer er ist sehr offen. Hier vorne am Baum ist einer. Soll ich den holen? Ja. Da sind zwei. 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 Einer ist ausgenockt. Der andere hat Hit. Der ist ganz low. Alle tot. Nice. Hinlegen. Nachladen. Sind nur noch 18 am Leben. Wir müssen uns schon mal überlegen hier vorne. Wie wir da weitermachen. Es wird hart. Dann geht es ein Gemetzel. Unten kommen Schüsse. Da ist nichts zur anderen Seite. Der Hütte ist safe von einer. Ja. Da sind welche drin. Extrem. Hier vorne haben wir nur Bäume. Aufpassen. Mhm. Da sind die weg Headshotten. Äh von hinten kommt. Aus Südwesten rumdrehen. Kommt einer angelochen. Ich sehe. Oh ich habe daneben geschossen. Hier auch. Geh, geh. Ah nochmal daneben geschossen. Nice. Er kommt. Der kommt. Was ne? Hey wo ist der hin? Hinter dem Baum. Warte. Ich glaube wir müssen noch aufpassen. Was? Ist ja nicht tot. Kann doch sein der ist vorn. Der da ist noch dahinter. Beschmeiß uns. Rückzug. Hm. Wir werden beschossen. Ist er jetzt tot? Ne ne. Was gibt's da nicht? Dahint kommt noch was. Ja ja. Der muss kommen. Der muss kommen. Der ist ausgenockt. Der andere. Wir müssen vorn. Nice. Tod, tot, tot, tot. Jetzt wieder an die Bäume. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Da ist einer. Ich sehe einen. Außen. Rechts am Haus. Den lass ich aber mal noch leben. Er hat uns gesehen. Da kommt zwei. Ah, ausgenockt. Ich werde fett getroffen. Ich weiß nicht von wo. Vorne, 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 vorne. Ich geh weg um. Komm doch mal raus. Du bist durch seine Weine durch, Alter. Ich muss mich heilen. Nicht sterben. Links war auch noch was, ne. Auf, äh, Westen. Tod? Irgendwer ist gestorben? Ja ja. Ich lad nach. Am Hause, häuser Eck ist ja, ne. Hinter uns auch. Ja, auf der anderen Seite. Ist noch. Am Haus ist noch, oder was? Ja ja, am Haus ist noch. Noch einer. Oh, was? Der Schuss ging da vorbei. Nein. Hat er sich hingelegt? Ja, ne. Der liegt hinterm Baum da hinten einer. Ganz weit weg. Auf Südwest 255. Der eine Baum da. Ja, ich weiß nicht was. Ich mag ob wir... Es geht gleich auf offene Straße und ich hab keine Booster. Die müssen zu uns kommen. Scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Ich hab noch Fisch. Da haben wir einen Booster rein. Ich hab keinen da. Hey, äh, hat's ja hier oben. Ja, ich seh's. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Aus aufpassen. Hat er vor uns noch? Hinter uns noch. Hat er auf jemanden hinter uns geschossen. Wir müssen gleich bis darüber. Wir müssen gleich voll treffen. Ja, 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 ja. Okay, 35 Sekunden. 32 Schuss, Mann. Für, ähm, vier. Weißer. Die Schuss hast du nur noch. Äh, 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 ist geil. Viel. Tropp was. Ich hab bei mir was hinten getroppt. Ah, die Beschießung gerade jemand anderen. Sind noch zwei Teams, ne? Das war's. Sind die beide vor uns? Kann das sein? Direkt über uns. Gewonnen. Fuck, 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 fuck. Ich bin in der Zone. Hand das Auto hier. Autofrack. Ja, 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 ja. Ach hinten, außerhalb des Steins, außerhalb der Zone ist jemand. Lauf. Lauf, 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 lauf. Hab einen. Umdrehen. In der Zone, in der Zone. Nice! Fast ne Runde, Alter. Haha. Elf Kills. Nice. Richtig gut. Elf. Holy shit, Alter. Chicken Dinner. Wupp, 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 wupp. Alter, das war mal ne kranke Runde, Alter. Holy moly, Junge. Richtig gut, ey. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut, Junge. Good Job.